Hier präsentieren wir die 5 beste Weichspüler-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Fernell Supreme Glamour Weichspüler. Fernell bringt mit seiner Supreme Linie einen Hauch von Luxus in die Garderobe. Motiviert durch große französische Düfte kreierte der Produzent drei exquisite Düfte. Vor allem ist diese glamouröse Aufschrift sanft zu den Textilien. Bei Fernell Supreme werden Schatten und Form länger gehalten, was Kleidungsstücken eine wesentlich längere Lebensdauer bietet. Offensichtlich macht es sie auch glücklich weich. Was nachhaltige Menschen besonders freuen, ist, dass das Produkt biologisch abbaubarer Komponenten enthält und mit 25 ml pro sauberen Tonnen auch als kostengünstig gilt. Nummer 4. Saftlan Weichspüler Traumfrisch. Mit dem Duft Traumfrische lädt Saftlan zum Träumen ein. Mit kuschelweicher Wäsche, die tagelang riecht, als wäre sie frisch vom Reinigungsgerät. Darüber hinaus schützt der Artikel die Bekleidung vor dem Qualitätsverlust, der durch ständiges Waschen, speziell mit Baumwollartikeln, ausgelöst wird. Er kümmert sich um die Fasern, um sicherzustellen, dass sie ihre Form erhalten und die Farbe strahlt immer noch wie neu auch nach mehreren Reinigungen. Es minimiert ebenfalls Falten und erleichtert auch das Bügeln. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Fernell Fresh Control Cool Fresh. Der Fernell Fresh Control Weichspüler garantiert einen widerstandsfähigen Duft und ein Gefühl von Qualität, den ganzen Tag über. Die einzig abdich hochwertige Qualität erhöht Kapseln, die einen zusätzlichen frischen Duft aufdehnen, wenn die Kleidungsstücke getragen werden. Egal, was der Tag für Sie bereithält, genießen Sie energetische Momente und fühlen Sie sich auch länger frisch. Die Formel mit Geruchsneutralisationsinnovation bekämpft unerwünschte Gerüche wie Rauch, Lebensmittelgerüche sowie Schweiß auch in Mischtextilien effizient und verleiht der Wäsche ein neu gewaschenes Gefühl, das ca. 100 Tage anhält. Nummer 2. Kömpfert Intens Weichspüler. Die 3D-Waschpflege von Convenience Intens sorgt für zusätzliche weiche, strahlend aufgeräumte sowie fröhlich duftende Wäsche. Der Gegenstand bewahrt die Form, das Aussehen und auch die Farbe der Kleidungsstücke auch nach dem Mehrfachwaschen. Da es hoch konzentriert ist, genügt eine kleine Kappe für eine Gesamtreinigungsanlage Tonnen. Was diesen Artikel von anderen Produkten in erster Linie identifiziert, ist seine Nachhaltigkeit. Es hat viel weniger Wasser und die Produzenten sorgen dafür, dass die Herstellung so umweltfreundlich wie möglich ist, mit abgesenkten CO2-Ableitungen. Die Flasche wird auch aus 100%igem recyceltem Kunststoff hergestellt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Lenor Weichspüler Seidenbaumblüte. Der Weichspüler von Lenor macht das Waschen leicht weich, so dass sich der Mantel genauso entspannend anfühlt, wie er aussieht. Der Markenname ist von der Natur für seine einzigartigen Düfter beeinflusst, unten von der Blüte des japanischen Seidenbaums. Dies hat eine belebende Note, die den Stoffen einen positiven Duft für so viel wie eine Woche, als ob sie frisch gewaschen wurden. Der Artikel verringert auch Falten in der Kleidung, stellt sicher, dass es schneller austrocknet und verringert auch festen Strom, wenn verwendet. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.